Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Crypto.com und zu dem versprochenen Indikator-Video. Warum mache ich das Indikator-Video jetzt nochmal bzw. etwas verspätet jetzt auch an euch raus? Ich habe eine Verbesserung dafür bzw. eine viel leichtere Anwendung für die Art von Trading, was ich jetzt euch zeigen werde, dass man mit dem Trend tradet, aber auch angekündigt wird, hey, der Trend geht jetzt in diese Richtung und wann sollte man stoppen bzw. zeigt der Indikator an, hey, wir werden ab jetzt konsolidieren oder fallen, da gibt es zwei Möglichkeiten, das zeige ich euch aber alles im Detail und jetzt ist ein optimaler Zeitpunkt oder fast optimaler Zeitpunkt auszusteigen und ihr werdet sehen, das ist sehr, sehr gut, ich so vorhersage, es ist natürlich niemals zu 100%. Und Leute, wenn jetzt jemand glaubt, es gibt da draußen einen Indikator, der die 100% korrekte Trefferquote gibt, never ever, dann sitzt du bei den Hedgefondsmanager irgendwo an der Wall Street oder keine Ahnung und würdest Millionen jedes Monat schäfeln, nein, ist nicht so. Das heißt, man hat hier auch Verlustrates, aber diese Verluste, und ihr werdet es sehen, wenn wir diese Beispiele durchgehen, die gehen in 0,6, in 1% oder so irgendwas, also wirklich nicht viel. Und warum ist das so? Weil wir rechtzeitig die Ankündigung bekommen, wann man aussteigen sollte, aber, und da muss man jetzt auch etwas sagen, immer einen Stop Loss, zumindest was ich jetzt sage, immer einen Stop Loss sollte man sich setzen mit einem vernünftigen Abstand, 2, 3, 4% maximal, ja, so in etwa, damit man einer Liquidation Candle vielleicht ausweichen kann. Weil ein Liquidation Candle kommt, die die 100% an der Position vernichtet, ist natürlich gar nicht gut. Bitte unbedingt Disclaimer in der Videobeschreibung beachten, ist ja keine Finanzberatung, ich zeige euch nur, was mir, mein Trading-Leben, mein Vielfaches vereinfacht und das gehen wir jetzt durch. Was ich euch heute zeigen werde, wenn du das Video heute siehst, wir hatten gestern zum Beispiel diesen extremen Pump, und der wurde auch durch den Indikator angekündigt, aber auch wenn ein Dump kommt, wird der mehr oder weniger angekündigt. Man weiß, wann steigt man ein, wann steigt man aus, und, und, und. Und genau, ich spreche gar nicht viel weiter, ich gehe in Screen Monitoring, wir sind hier jetzt am Bitcoin-Chart, aktuell jetzt 30 Minuten, ich habe jetzt gar nicht viel gewählt, aber man kann es wirklich in jedem Chart anwenden. Bei den Indikatoren, was brauchen wir als allererstes? Es gibt einmal, wir geben ein die Hammer Candles, ja. Wenn du die Hammer Candles eingibst, kommen die NSDT Hammer Candles von North Star Day Trading mit 768 Leuten, diese klicken wir bitte an. Und das Zweite, was wir brauchen, und das ist ein absoluter Geheimtipp, ist der Trendmeter. Trendmeter hier mit dem Abstand hinein, also nicht Trendmeter zusammen, sondern wirklich mit Abstand. Trendmeter von Lijay-MC mit 2.083, der wird sich auf jeden Fall erhöhen, aber so ist, den nehmen wir auch mit hinein. Das sieht dann im Endeffekt etwas so aus, ich werde das alles ein bisschen vergrößern, das heißt, der Chart sieht dann so aus. Nicht ganz so, ich werde das noch kurz einstellen, wie es eigentlich aussieht, weil das wäre auch noch darin. Und das würde, damit ihr das seht, wenn ihr das reingibt, warum das bei euch so aussieht, so würde das korrekt ausssehen. Jetzt gibt es eine Einstellung, die wir beim Trendmeter machen müssen. Das wäre einmal, ich nehme diesen Punkt hier oben weg, nur als Erklärung. Wir haben hier oben nämlich mehrere Punkte, die mit hineinkommen können. Sorry, ich muss das hier kleiner machen. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir hier mehrere Punkte, wir haben den oberen Punkt, den wir nicht nutzen werden. Das ist eigentlich so Trendreversal-Anzeichen, aber den brauchen wir in dem Fall nicht. Das heißt, wir gehen hier bei Style und nehmen den ersten hinaus, scrollen etwas weiter runter und bei Trendmeter Backroad Highlights gehen wir hinein. Und da geben wir einfach nur die Farbe etwas härter hinein. Warum? Wir werden das gleich sehen, warum wir das brauchen. So, dann haben wir den ersten Teil gemacht. Rot und Grün machen wir etwas stärker. Dann gehen wir zu den Inputs und bei den Inputs scrollen wir ganz nach unten. Und den letzten Ding bei Trend Part 2, Settings, den SME, den geben wir runter auf 13, dann hast du 13, 13. So, dann sind alle Einstellungen erledigt, genauso wie wir es benötigen und jetzt gehen wir durch, wie das eben im Detail ist. Wie funktioniert das? Wie wendet man das an? Ein bisschen was kann man sich ja eh schon vorstellen. Ganz kurz zum Trendmeter. Der Trendmeter, wenn der eine Übereinstimmung hat von allen drei Punkten, Das heißt, man hat hier oben diesen Punkt, ich hoffe, man sieht das auch ganz genau, man hat hier oben diesen Punkt, ich mache das noch einmal ein bisschen größer für euch, genau, ich glaube, so ist das besser. Man hat hier oben den Punkt, der Punkt heißt eigentlich nichts anderes, außer, dass diese drei Punkte hier zusammenspielen. Und wenn wir dann aber noch die Bestätigung haben, dass diese Linie unten grün wird und auch diese hier unten grün wird, das ist in dem Fall nicht der Fall, aber es wird eine Kendall später grün, dann zeigt uns der ganze Trend ein bullisches Zeichen an. Warum? Weshalb? Ganz kurz vielleicht, es ist eine Mischung aus MACD, Crossing, RSI, RSI, MACD, Crosses, EMA, EMA und SMA. Alles Trend, also beziehungsweise zeigen den Trend voraus. Und das ist einmal das Erste. Genauso ist es, wie wenn es bearish ist, wenn alle drei Punkte bearish anzeigen. Und hier ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich versuche das ganz kurz hier mit hineinzunehmen. Dieses Rectangle, wir haben hier, in diesem Punkt ist alles, ich mache ja auch noch ein bisschen mehr Farbe, dann habt ihr das auch wirklich besser in dem Video. Alles rot, das heißt, es wäre eine Short Position. Aber wie man hier sieht, gibt es hier auch ein paar Fakeouts, weil hier ist zwar alles rot, aber wir sind hier nicht wirklich heftig gefallen. Und genau das erkläre ich dir jetzt, wie man da ein bisschen ausmerzen kann mit den Hammercandles. Und mit den Hammercandles ist das einfach sehr, sehr, sehr genial. Den schauen wir uns jetzt auch nochmal extra an und dann gehen wir die Beispiele durch. Versuche das Video so kurz wie möglich zu halten, aber ich möchte auch, damit ihr da wirklich versteht, wie das funktioniert. Die Hammercandles, die haben in der Mitte, man sieht das hier, da braucht man auch nichts anderes einstellen, diese Linie. Die wechselt zwischen grün und gelb und rot. Und man sieht hier, wenn sie grün ist, ist das eher ein bullisches Zeichen. Wenn sie gelb ist, so wie hier sieht man das vielleicht ein ganz kleines bisschen, ich suche ein bisschen was stärkeres Gelbes. Hier ist sie ein bisschen gelb, hier ist sie ein bisschen gelb. Wir haben aber auch längere Konsolidierungen, wo sie ein bisschen gelb ist. Dann hier ist sie zum Beispiel ein bisschen gelb. Ich kann dich auch zeigen, obwohl wir ein Dampfer, aber wir haben hier eine gelb. Dann heißt das, wir konsolidieren und wir machen in dem Fall gar nichts. Wenn es gelb ist, wird nichts gemacht. Wenn es grün ist und die Candles auch grün sind, dann wissen wir, wir haben hier eine Long Position. Weil auch diese, du siehst hier, nicht nur, dass wir über die Linie sind. Genau, Grundregel, der Chart muss immer über dieser Linie sein, die ich hier gesagt habe, die sich zwischen gelb, grün und rot wechselt. Dann gehen wir Long. Ist der Chart unter dieser Linie, dann gehen wir Short. Und das machen wir die ganze Zeit so. Wir kriegen auch noch diese Anzeige. Eine optimale Bestätigung wäre so wie hier. Wir haben hier einfach den Chart plus diese roten, ich nenne es so Heike-Nasche-Verschnitt, haben wir einfach auch unter der Linie hier. Dann wissen wir, wir haben mehr oder weniger eine Bestätigung für Short. Nehmen wir jetzt ein kleines Beispiel. Wenn wir jetzt hier hineingehen und wir sagen, wir würden hier jetzt einfach nur ohne den Trendmeter eine Long Position hineingehen, weil wir haben hier eine grüne Candle, die ist noch ein bisschen gelb, auch, ich muss hier ein bisschen, man seht ja das vielleicht etwas besser. Man sieht ja, das ist noch gelb, das ist noch nicht bestätigt. Ab hier wäre es circa bestätigt. Das heißt, wenn wir hier jetzt Long gehen würden und warten würden, bis wir hier wieder rot werden oder gelb werden, hätten wir hier diese starke Liquidation Candle zum Beispiel mitgenommen und dieser Trade hätte uns gar nichts gebracht. So, und jetzt kommt der Trendmeter zum Einsatz. Und das werdet ihr jetzt sehen. Wir könnten das dann backtesten in jedem Chart, was das Geheimnis des Trendmeters ist und wo wir jetzt unsere Ausstiegspunkte finden. So, jetzt haben wir hier vom Trendmeter, ich mache ihn auch nochmal ein bisschen größer, haben wir hier vom Trendmeter mehr oder weniger eine Bestätigung bekommen in Form von diesen drei Punkten. Ich muss hier ein Stückchen weiter rüber gehen, sorry. So, wir haben hier alles grün in dem Fall. Also drei grüne Punkte, das wird dadurch gekennzeichnet, dass wir oben einen grünen Punkt haben und wir haben hier unten drei, also diese zwei Linien grün. Da wir hier aber noch nicht grün sind, steigen wir hier auch noch nicht ein. Wir warten hier auf die bestätigte erste Candle, das ist in dem Fall diese und dann würden wir hier jetzt einsteigen. So, und wir würden die Longposition genau bis hierhin offen lassen. Das wäre in dem Fall 2,55%. Ich trade alles mit 10x in dem Fall. Keine Empfehlung zum Nachmachen, muss ich unbedingt sagen. Aber wenn ich den Trend schon kenne, dann weiß ich in jedem Fall für mich gesehen, hey, die Richtung wird es wahrscheinlich gehen, ich mache mir einen vernünftigen Stop Loss hinzu und fertig. Aber wir traden genau und das ist eben das, auf was man achten muss. Wir traden dann wirklich nur so lange, wie diese grüne Schatten hier vorhanden ist. Weil sobald der grüne Schatten aufhört und das ist beim Trendmeter so, grün ist bullish, schwarzer Hintergrund heißt Konsolidierung, roter Hintergrund heißt bearish. Und das heißt, wir haben hier jetzt zum Beispiel, in meinem Fall, wenn ich das jetzt so mit hineinnehme, hätte ich hier eine wunderschöne, wo war das in dem Fall, 25% Position gehabt, in den 5 Stunden. Nur als kleines Beispiel jetzt. Wenn wir aber weiter schauen, wir haben hier, damit wir auch das ein bisschen durchgehen, dass wir hier schauen, hier zeigt uns der Trendmeter eigentlich unten alles bestätigt an, wenn wir genau schauen. Ich versuche den da jetzt drüber zu holen, hier. Trendmeter sagt uns, es ist alles bearish, in dem Fall, weil alles rot ist. Aber warum nutzen wir das nicht, in dem Fall, weil wir sind hier mit der Linie, mit dem Chart und alles drunter dran ist noch im grünen Bereich, wird es später ein bisschen gelb und wird es dann rot. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich steige in diesem Fall noch irgendwo hier ein, wo es rot wird. Aber das hat nicht so viel Sinn, weil wir sind hier in einer kleinen Umkehr, wo ich das Risiko noch nicht machen würde. Wir haben hier noch rauschende Candles von den Heiken Aschi oder diesen Heiken Aschi Verschnitt, möchte ich mal versagen. Und wir gehen hier langsam, aber sicher erst über in den anderen Ding. Und dann kommen wir aber jetzt auch zu den nicht 100% sicheren Trades. Es gibt niemals eine 100% Trefferquote. Was es aber gibt, ist eine Verlustbegrenzung, eine massive Verlustbegrenzung. Und da nehmen wir gleich dieses Beispiel, weil in dem Fall haben wir jetzt hier eine Bestätigung. Das heißt, wir haben von oben bis unten alles rot. Und weil alles rot ist, würde ich hier normalerweise eine Short nehmen, würde ich in dem Fall auch machen. Und wenn ich hier aber jetzt hinein klicke und diese Short nehme, ist ihm der nächsten Candle eigentlich draußen. Das heißt, hier würde das wieder ausgehen. Und das heißt, in dem Fall würde, okay, eigentlich, ja genau, hier unten würde es hineingehen. Hier hinaus, ich hätte ein Minus von 0,38%. In meinem Fall mit Cnix 3,8%. Verkraftbar für das, dass wir hier gerade 25 gemacht haben. Und so geht es halt weiter. Man kann hier halt immer schauen. Das könnt ihr jetzt backtesten. Ihr kennt die Regeln. Aber wenn wir hier weiterschauen einfach. Warum tradet man, obwohl hier unten beim Trendmeter die Bestätigung war, alles grün. Warum tradet man nicht? Weil wir haben hier oben den Trend noch vorher gesagt, alles rot, alles bearish. Und wir traden das nochmal, wenn ich hier jetzt ein bisschen raussumme. Wir traden eigentlich immer nur bullish, wenn hier alles grün ist. Und immer nur bearish, also grün ist und über der Linie ist. Und nur Shorts, wenn hier alles bearish ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Eigentlich super simpel anzuwenden. Und man kann hier wirklich massiv geile Gains mitnehmen. Auch schauen wir uns zum Beispiel dieses Beispiel an hier. Wahnsinn eigentlich. Wir haben hier eine Bestätigung noch nicht ganz. Wir haben den grünen Punkt erhalten. Aber erst der nächste Candle hat uns eigentlich alles grün gemacht. Das heißt, ich würde jetzt, um vielleicht auf Nummer sicher zu gehen, diese noch abwarten, würde ich hier einsteigen. Und würde, weil wir hier unten beim Trendmeter diesen Schatten wieder aus haben, würde ich hier aussteigen. Das heißt, ich hätte 66,3% gemacht. Wir haben danach eine Konsolidierung gemacht. Er hat uns hier, das sieht man wieder, alles grün gezeigt. Aber die letzte Linie ist rot. Das heißt, genau das, was hier ist. Man hätte es natürlich irgendwie noch mitnehmen können. Aber dieses Risiko geht man nicht ein. Man muss sich auch vorstellen, man trifft nie den Boden und nie den Top komplett. Also das muss man sich hier auf jeden Fall. Ich meine, 66,3% ist Wahnsinn. Genau. Und dann wäre hier, also weil das nicht bestätigt war, dieses bullische Ding, wäre man hier auch nicht eingestiegen, was gut war. Weil man sieht hier, man hat eigentlich eine leichte Downsides bewegen, beziehungsweise laut Trendmeter eine Konsolidierung. Und genau. Schaut euch das mal im wirklichen Detail an. Geht jeder Chartframe und, und, und. Man hat auch hier wieder. Manchmal sind es kleinere, manchmal sind es größere Profite. Manchmal, und ihr habt das gerade gesehen, ich gehe jetzt auch gar nicht weiter darauf ein. Bei Konsolidierungen, auch hier, wenn man jetzt schaut, diese Konsolidierungen, was hier waren. Man hat nur minimale Profitverluste, wenn man Verluste macht. Ja, dass ich da nochmal schaue, obwohl das hier eh kein bearishes Zeichen war, das war kein bearishes Zeichen, das war kein bullisches, das war kein bearishes, auch nicht. Man sieht hier eigentlich eh, weil hier nirgendwo die doppelte Bestätigung war, hier war sie auch nicht die doppelte Bestätigung. Weil da war diese Hammer Candles noch gelb. Das heißt, dass diese Konsolidierung, was eine Sight-Set-Bewegung war, hat es nirgendwo einen Grund gegeben, das zu traden. Auch hier nicht, weil hier war die unterste Linie rot, grün, Entschuldigung, das bullische auch nicht, weil wir waren hier rot. Genau, die ersten, die dann gekommen wären, das war auch noch nicht korrekt, hier wäre eines gewesen. Wenn wir uns das vielleicht noch zum Abschluss anschauen, hier wären wir eingestiegen und wir wären dann leider hier wieder ausgestiegen. Wir hätten aber trotzdem keinen Verlust gemacht, sondern 1% Profit in dem Fall. Aber, und wer sich den Pump gestern angeschaut hat, wer es dieses Video gesehen hat oder beziehungsweise mitbekommen hat, dass plötzlich alle bullisch waren, das war gestrige Pump nach dem Wochenende, also dem Montag. Wir wären hier eingestiegen und genau diesen Pump hätte man den vorhergesehen nicht wirklich, weil man wusste nicht nach der Konsolidierung, welche Richtung geht es. Hier wäre man eingestiegen, hier war Bestätigung und man hätte eigentlich, so gut wie am Top, muss ich fast sagen, 33% mitnehmen können, weil es ging jetzt und wie man sieht, geht es hier jetzt wieder weiter hinunter. Und wenn ich das kurz ausschalte, sieht man hier, dass wir jetzt aktuell wieder weiter hinunter gehen. Also wirklich genial, diese Kombination aus den Indikatoren, die beim Traden einiges helfen können, werden, wie auch immer. Ich wünsche auf jeden Fall jeden einzelnen viel Erfolg bei der Anwendung. Bin gespannt, ob ihr Profite macht. Lass es mich in der Community, Telegram-Gruppe wissen, die ist unten drin. Sorry für das lange Video, aber es ist wichtig, dass ihr das versteht, was eben hier geschieht. Trendmeter in Form mit den Hammercandles, unglaublich gute Kombination, die vor allem die langen Pumps mitnehmen können und man, dass man weiß, wann man aussteigt. Wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich wirklich freuen. Liken, teilen, kommentieren und wenn du noch nicht abonniert hast, dann jetzt abonnieren. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.